Den hebe ich mal auf, sonst hatte man immer genug Alkohol, immer, immer. Wir brauchen noch zwei Rehe. Vier. Zwei Rehe. Vier. Vier Rehe. Brauche ich noch neues Mainboard? Liegt noch eins. Ich habe noch eins zu verkaufen. Hast du noch eine Grafikkarte? Liegt eine. Ich kriege gar nichts mehr fertig hier. Gar nichts. Jetzt kommen auch mal andere Zeiten. Jetzt kommen auch mal andere Zeiten. Andere Zeiten. Jetzt muss ich erst mal gehen, damit ich mich wieder erhole. Wenn ich beim Speer werfe, dann geht der Molotow da los. Ah ja, ich verstehe die Falle da hinter. Ach so, und dann brennen die. Genau. Wenn man sie trifft natürlich, ne? Ja, das ist das andere Problem. Das kann man ja dann da nachklären. Da, 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 da. Haps. James Bond. James Bond. So, jetzt müssen wir einfach nur weiter in diese Richtung gehen hier. Dann ist da wieder Strand. Oh, kein Stück mehr. Und da sollte mit ein bisschen Glück, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, Alkohol sein. Letzte Hoffnungsalkohol. Wer hätte es gedacht? Wir können auch nachts draußen bleiben. Wir können uns ja ein Feuerchen machen. Wir werden schon den Zeitvertreib finden, bin ich überzeugt. Ach, vielleicht kriegen wir ja noch Besuch. Ja, das meine ich mit dem Zeitvertreib. Und da war ein Kaninchen. Oh, sieht das schön. Oh, das sieht... Sieht das herrlich aus. Kaponga! Oh, glaub mein Speer ist weg. Du siehst aber, wo ich bin, ne? Ja, ja, ich hab grad in deine Richtung Speer geworfen. Ah, ich hab hier Blaubeeren gefunden. Äh, ist mein Speer zufällig ins Wasser? Ich hab hier Blaubeeren gefunden. Ja, ich mein Speer... Die hab ich gesammelt. Die Speer ist mir grad wichtiger. Ach, da hinten. Na, Speerchen. Hier gibt's einen Topf. Klebeband. Ich hatte keinen Topf mehr. Na, interessant. Wo hast denn du deinen Topf gelassen? Hier war ein Alkohol, wo ich bin. Ich bin jetzt auch stehen geblieben. Sie ist hier, genau hier. Oh! Oh, ich konnte Medizin einsammeln. Und, ja, Medizin ist auch hier. Ähm... L, ne? Sogar ein Stein! Möwe! Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da gespeichert hab. Kannst du hier speichern. Kann man hier speichern? Ja, kann man sogar schlafen. Komm. Ist noch nicht voll. Wir könnten gleich schlafen. Ich schlaf hier oben. Hä? Hä? Ne, das fehlt noch Millimeter. Hä? Warum kann man das nicht anzünden? Voll! So. Das ist doch das einfachste, was du machen kannst. Dann ist wieder Tag. Tag. Ne? Möwe! Hä? Möwe! 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 Achso! Ist hier in der Hand. Möwe! Oh Gott! Was für Menschen arbeite ich hier? Möwe! 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 Ja! Ich klau dir sogar dein Eis! Mein Eis? Ja, ja! Ich hab ja noch welches im Kühlschrank. Hint mir grad einen. Möwe! Du hast mich da auf was gebracht. Aber wir finden keinen Alkohol. Das ist ganz schrecklich. Ganz schrecklich ist das. Die sind ja regelrecht gezwungen, in die Höhle zu gehen. Oh, ich hab Hunger. Oh, ich hab ja reichlich Zeug dabei. Kann man das craften? Was kann man hier mitmachen? Ein Köcher. Hey, ich hab ein E-Mail. Desolate ist verfügbar. Was ist verfügbar? Desolate ist schwer. Oh, ein Eichhörnchen. Was mir hier eingeblendet wird. Bleib mal sitzen, du kleines niedliches Einhörnchen. Bleib doch einfach mal still sitzen. Nein, Vogel. Das ist getötet. Das. Den nehm ich mit. Schnuffi, 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 schnuffi. Den nicht mit, den zeig ich Elphi. Ein Geschenk für Elphi. Er schenkt hier Hoden. Oh, Vorsicht, ich geh nicht so dicht an mir vorbei. Das ist lebensgefährlich. Ich bin voll mit Steinen. Wusstest du, dass Elphi vier Hoden hat? Ja. Wusstest du, dass ich fünf habe? Ich dachte, du hast drei. Ne, ich hab nochmal nachgezählt. Was sagt dein Arzt dazu? Der hat gesagt, Gott sei Dank haben sie nicht sechs Hoden. Achso, sonst hättest du, glaube ich, Krebs, ne? Ja. Ja, wenn's so ist. Dann wär ich ein Krebs. So, hier ist aber auch kein Alkohol. Das gibt's doch gar nicht. Kann man das nicht irgendwo einstellen, dass Alkohol droppen soll? Per Befehl? Es gibt bestimmt eine versteckte Konsole. Ja, wenn man selber einen Server hat, einen richtigen, dann kann man, glaube ich, ein paar Sachen noch mehr machen. Warte mal, warte mal. Freunde! Ja! Freunde. Freund, guck mal, ich hab ein Eichhörnchenkopf für dich. Guck. Ja, du musst ja mich nicht gleich schlagen. Das war eine freundliche Geste von mir. Das schlägt mir eben mit einem Eichhörnchenkopf und das ist ja Dank. Ja, wahr. Oh, ich hab keine Ausdauer. Hilfe! Muschi! Äh, Vaginas! Und ne Muschi! Drei Mutanten! Und ich hab keine vernünftigen Pfeile. Ich hab keine Ausdauer. Ich muss ins Wasser. Ach, du Scheiße. Ich hab keine Brandpfeile mehr. Ich auch nicht. Hier gibt's Schildkröten! Ja, pass auf hinter dir. Mit den Jungs ist nicht zu spaßen. Mit mir auch nicht. Mal Schildkröten herstellen. Ach so, ich hab mal Knochen mit mir sollen. Das wäre natürlich schlauer gewesen. Ach so, du besorgst grad uns Knochen. Das ist lieb von dir. Ja. Hast du mal ne Spende? Leng den Jungen Mann mal ab. Ich mach mal schon mal ein Feuer. Haben sie ne Spende? Deine Zahn wollte ich nicht. Wollte ne Spende. Loll, da hat er einen Kollegen gehauen. Loll, zwei auf den Streich. Kommst klar? Ja, ja, ich unterhalten uns grad. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, guten Tag. Wer sind Sie? Habe ich dann die Moni da? Hallo? Warte, ich hab Molo. Und Baby. Die immer gleich aggressiv. Der hat dich angezündet, das war ich nicht. Oh! Oh, nein, nein, nein. Ich war es nicht. Er war es. Nein, ich war es doch nicht. Ich hab keine Pfeile mehr. Ich wollte dir noch welche geben. Oh! Oh, pass auf. Oh, die Kollegen gehen da hinten wieder. Das ist schön. Nicht ins Wasser. Ich wollte grad sagen, nicht ins Wasser. Schätzchen. Ah, ich glaub, ein Brause noch. Ja, für deine Nerven. So, oh Gott. So, hol deine Pfeile. Einen einzigen. Weißt du, warte, ich geb' dir mal ein paar. Oh, das war nicht so gemein. Dankeschön. Ach, hier ist noch einer. Ist noch einer gewesen. Warte mal, ich guck mal. Entschuldigung. Ich hab wieder zehn. Oh, danke schön. Gut, dann hol dir mal dein Fell. Ach, warte mal, das werd ich gleich verwenden hier. Ich werd mal kurz die Jungs da hinten noch erinnern, dass wir noch da sind. Ja, ich komm. Hier, wir müssen noch Knochen liegen. Warte, 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 warte. Ja, die hauen sie uns ab. Die nehmen wir mit. Freunde. Ich will deren Haut. Ja, ich auch. Hier liegt noch einer. Schmeich aufs Feuer. Ich ändere die Jungs mal. Ja, gib den, schick den mal eine Erinnerungs-Meal. Äh, die kommt. Mit Lesebestätigung. Jo, erhalten. Sind unterwegs. Unverschlüsselt. Nee, Verschlüsselung ist uralt. Zertifikat. Ah, wir müssen sind nur zu 1 Blue. Hallo. Das sind zwei Vaginas, ne? Nee, das sind Hüttenbeine. Ja? Ja. Nee, das ist Vagina. Der hat einen Schlitz in der Mitte. Nee, aber laut Wikipedia ist das Hüttenbein. Und die andere ist Virginia. Kann der mal... Ah, er fällt um. Gott sei Dank. Ah, erst mal. Hey, hey. Ich hab drei ausgesammelt, ja? Ich hab auch welche reingeschossen. Ja, da waren... Ich hab nur drei aufgehoben. Ja, wo sind denn die Pfeile, ne? Weiß ich nicht. Na, egal. Jetzt werden wir ihn jetzt hier, ja. Wir werden uns erst mal mit ihnen hier unterhalten. Schiff drücken. Nee, ich sammel gleich meine Pfeile ein. Das war gefährlich. Egal, ich will meine Pfeile. Der ist nicht so schnell. Ganz einsammeln. Ich hab Pfeile eingesammelt. Ich hab reingeschossen und gleich wieder eingesammelt. Die sind ja keine. Siehste? Gibt's nicht, ne? Ich will ein Pfeil. Aber das Fell, das haben wir. Ich will deine Knochen. Ich hab 13 Pfeile, das ist erst mal gut. Warte, jetzt will ich den Pfeil anzeigen. Knochen. Ich will den Kopf. Können wir die Kampfe mitnehmen? Verdorben. Geil. Muss ich was essen? Ja. Warte mal, ich mach mir grad mal jetzt erst mal was gleich was zu essen. Sonst verdirbt mir das ganze Fleisch hier. Das ist ja dann auch doof. Warte, mach mir ruhig was mit drauf. Ich mach dir auch was mit drauf. Ich hab genug zu essen. Ich mach mal Schildi mit. Ja. Das war ja auch der Sinn. So unter anderem. Weil wir wollen... Oh, ein Muschi Klaus ist weg. Wir wollen... Äh. Wer bist denn du? Das ist der Gammellurch. Dreh dich mal ganz langsam um. Ganz langsam umdrehen. Ganz langsam umdrehen. Achso, du isst grad. Pass auf, du wirst gleich angegriffen. Dreh dich mal langsam um. Oh nein. Ihr lagen noch beide bei mir. Oh nein. Ich hab so ne Angst. Du, ihr lagen noch beide bei mir. Ja, ich hab doch schon einen geköpft. Ja. Den aber nicht, ne? Der ist geköpft. Der nicht. Der andere ist weggespawnt, deswegen. Geh mal vorsichtshalber weg. Schön. Komm. Das ist ne hübsche Trophäe. Können wir Papa zeigen. Willst du deine Stilkröte nicht mitnehmen? Ich hab doch mein... Ich hab mein Panzer mitgenommen. Warum hab ich die jetzt getötet? Ja, hast du Stilkrötenpanzer im Lager? Ja. Im Inventar, ne? Dann ist gut. Du hast gesagt, die hat mich doch angegriffen. Nee, ich wusste... Ja, ich weiß. Deswegen. Ich dachte, dass ich die dann töte. Das wär ja nützlicher Nebeneffekt gewesen, wenn du noch keinen gehabt hättest. Aber sie wollte dich ja angreifen. Also das wär ja nicht gegangen. Das hätte war ja unakzeptabel. Ich hab erst so nach oben geguckt. Dann guck ich nach unten links. Sag ich mir so, ah ja. Du musst dich zuraun. Ich bin ein... Oh, Alkohol. Alkohol? Da kam Alkohol raus. Bei mir nicht. Bei mir kam ein Lappen. Du machst kaputt, Alkohol. Warte mal, was passiert, wenn ich den hier kaputt mach? Aber das stimmt. Manchmal kommt da auch Alkohol raus. Ich mach jetzt alle kaputt. Ich will Alkohol. Das finden wir, wenn wir keinen Alkohol. Hier ist, hier ist. Bei mir hier. Hier liegt Alkohol. Ja. Aber wie das aussieht, wenn du da lang rennst. Ja, ich find hier Alkohol. Immerhin vier Flaschen. Ich hab drei. Besser als boah nix, ne? Ich hab drei. Boah, dieser Berg da im Hintergrund, ne? Ich lau noch eine. Ich hab jetzt sechs Flaschen wieder. Ich kann Brandpfeile bauen. Das ist ordentlich sehr. Ich kann Brandpfeile bauen. Ich kann... Oh, wie das aussieht. Brandpfeile bauen. Ne Soda hab ich auch gefunden. Das geb ich zu. Ich hab wieder Brandpfeile. Das ist schön. Ich bin auf der Suche nach Alkohol. Ja, wir suchen noch weiter hier, ne? Hier sind nur Leiterplatten drin. Die brauchen wir ja nun wirklich nicht. Aber hier bei den Containern, kann ich mich erinnern, haben wir auch fast immer was gefunden. Das sieht gar nicht komisch aus. Das sieht dann hinten, sieht das schlecht aus. Ganz schlecht. Früher lag auch immer oben noch was drauf, auf diesen Plattformen, die hier am Stand stehen. Gar nicht mehr. Nö. Haben die einfach alles weggepatcht. Hauptsache kleine Steine. Ja, kleine Steine sind hier ohne Ende. Ich muss mal ein bisschen gehen. Iko. Wir sind auch jetzt beim Loch. Das ist gleich da oben. Da. Ja, genau. Oh, Stoff. Ja, jetzt habe ich auch Stoff gekriegt. Mein Schädel brauche ich nicht. Gut, Stoff ist jetzt auch seltener, weil die Kisten nicht mehr respawnen. Ja, den habe ich heute aber immer gut gefunden, komischerweise. Und hier war auch immer irgendwo so eine kleine Insel mittendrin, wo das Cockpit lag, ne? Ja, also ich weiß auch nicht, wo das hin ist. Ja. Da hat man doch die Flair gefunden, die Flair Gun. Die war auch nützlich. Und da konnte man sich immer Munition holen. Bisher konnte, habe ich die nicht mehr gefunden. Ne, ich wüsste auch nicht. Aber da hinten, guck mal, da sind noch Hütten, da können wir nochmal gucken. Ach so, das Wintergebiet, da ist kein Cockpit, glaube ich. Ne, ich meine hier geradezu. Ach so. Die Hütten. Ja, da müssen wir auch nochmal, da können wir auch nochmal gucken. Da gibt es auch die Krokodile nachher irgendwo, ne? Hier auf der anderen Seite. Krokodile. Ja, wenn wir Farbe haben, dann wären wir nicht mal angegriffen. Aber wir sind eh gleich zu Hause. Das ist doch schon da oben. Ich gehe jetzt mal ein bisschen. Ja, der schnauft auch. Und da sind, ah, warte mal, juck. Da sind die Zelte, siehst du die kleinen Zelte? Mhm. Da können wir erstmal speichern. Eine Höhle war hier auch. Ja, die weiß ich sogar noch, wo die ist. Da braucht man nicht extra eine Fähnchen machen. Nee. Das Gute ist, wir wissen, wo Timmy's Höhle ist. Ja, das dürfte noch genauso sein wie früher. Ach so, sie haben sich geändert. Das wäre natürlich schlecht. Ja. Arschloch! Wenn er schon sieht, wie du seinen Kollegen ermordest, er würde da nicht freiwillig gleich gehen. Ich auf jeden Fall. Hier ist gar nichts, ne? Seile sind hier. Ja, Seile haben wir nicht. Da hatten wir früher Mangel, ne? Ja, aber werden wir auch wieder haben. Ja, aber bei uns spawnen immer welche. Bei der Hütte da am See. Guck mal, da ist unser Zuhause und hier müsste, glaube ich, das Loch sein. Man müsste Seile selbst bauen können. Nee. Ah, besuch. Hab ich für meinen Kopf nicht... Okay, ich muss meinen Kopf. Ich hab keine Rüstung mehr. Hast du dir keine gebaut? Du hast doch welche zum Anziehen. Aua! Ich kann meinen Finger nicht bewegen. Ja, du sterb endlich. Keiner mag dich. Oh. Kennst du schon ihn hier? Ist der Freund von dem da? War das alles? Feuer. Feuer, Feuer. Würde Danny jetzt wieder sagen. Ich würde gerne... Wie war denn das nochmal mit Heilkraut? Ach so, war das... Äh, Aloe Vera und die Orangenen. Da kannst du dir Heilkraut draus machen. Und dann zieh dir erstmal deine Mutantenhaut an. Ah, die ist so schön. Ich hab doch nur sieben Stück. Glück. Kann man die Kleidung ablehnen? Nein. Ich will am liebsten ganz sogar Mutantenhaut haben. Das sieht doch bestimmt schön aus. Oder? Mhm. Mhm. Jetzt... Seh ich jetzt wieder normal aus? Ja. Warum? Was hast du denn gemacht? Ich hab einfach ein altes Uniform angezogen. Ach, eine andere Uniform? Ne, eine alte. Die wir sonst immer hatten. Ich weiß bloß nicht, wie die hieß. Ich kann keine Knochen mehr sammeln. Wenn, dann würde ich bitte meinen Glanz vollwertig sehen. Eins, zwei, drei. Ich verarbeite die gleich. Ja, ich hab drei Fische. Oh, ich muss mal was trinken. Hab ich auch, hab ich auch. Ich mein wegen den Knochen hier. Die verarbeite ich gleich. Hier, ich hab einen rohen Fisch für dich. Komm her, komm her, komm her, komm her. Die können aber nicht viel ab, ne? Nö, nicht mehr bei uns. Aha, das sind schon gut. Bei uns können die an sich nicht viel ab, weil wir ein bisschen Stress machen. Ach, hier liegen deine Klamotten. Die hast du da hingeworfen. Schauen, schauen. Das ist, wenn man eigentlich die kleine Axt upgradet mit 10, ob die denn vielleicht besser als das Speer ist. Äh, wo sind unsere Trophäen? Kommt, die sind kaputt. Guck mal, hier liegen Fleischbröckchen. Ja. Die haben die kaputt gemacht. Das waren aber die Eingeborenen, die Schweine. Ach, davon mach ich ihren Toten kaputt. Ach. Ja, mach das. Oh, ein tolles Stoff. Wollen wir mal was anderes als Stoff? Was denn? Ich kann mich doch nicht mal nur Stoff reinziehen. So, ab nach Haus. Ja, würde ich auch sagen. Ich nehme noch den Stoff mit. Das ist ja... Und den Stock. Hier hatten wir irgendwie... Hier ist das Loch. Hier ist das Loch. Guck. Ja, aus diesem Loch kam hier. Äh, Bambi, tu's nicht. Bambi? Bambi? Äh, oh. Bambi? Bambi, warte doch. Bambi. Nein, nein, das ist keine Lösung. Äh. Bambi. Was macht das? Bambi? Was passiert, wenn man als Horst nach unten springt? Äh, das lass mal bitte. Alter. Arschloch.